So, nächster Part. Deponia Doomsday. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich hier noch machen soll. Ich muss irgendwas finden, um die... Sieht aus wie Goal, nachdem man ihr die Augen ausgestochen hat. Ich muss irgendwas gucken, um sowas wie Augen zu ersetzen. Ich gucke mal, ob ich vielleicht Feuer... Was finde ich hier? Warte mal, Magazin. Was liest du da? Das ist die Hetz, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Ja, genau. Versportet wieder die Leute. Hier liegt Hufus. Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist ja unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. Vielleicht kann ich hier mit dem Propheten was anfangen. Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Geburtstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Man muss kein Prophet sein, aber es hilft. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Kannst du die kommenden Hut-Trends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Du solltest einen Hut für Münzen aufstellen. Na hör mal. Ich bin Vorsitzender einer Glaubensgemeinschaft. Ich bin doch nicht auf Almosen angewiesen. Okay. Ich kann dann nachher versuchen, ob ich da irgendwie was mit dem Bratwurst bei den Leuten auch nachher kann. Äh. Wasser mal verwacht. Jetzt ist auf einmal kein Tuschgast mehr. Brauchst du einen Tuschgasten? Hm. Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Ja, ich versuche dir ja schon zu helfen irgendwie. Soll ich den Helfen anleiten? Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er nicht mehr ist. Hm. Man muss kein Prophet. Aber ich. Okay. Gucken wir mal das mal bei den Rittern. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. Okay. Also nö. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Hm. Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen. Aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Mann. Können die Ante irgendwie podieren? Wir fallen auf Anhieb tausend, aber das hier ist keine. Was? Wir fallen auf Anhieb tausend Verwendungsmöglichkeiten für dieses Gerät hier ein. Aber das hier ist keine davon. Wir fallen auf Anhieb tausend. Aber das hier ist keine. Ja, ja, ja. Wir fallen auf Anhieb tausend. Ja, das schon. Wir fallen auf Anhieb tausend. Obwohl, könnte ich erst weggebrochen. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Hm, ich sehe bloß Talent. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe... einen noch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein. Zum Wahrsagen braucht eine der... Verdammt doch mal. Noch ne Miete. Es hört auf, mir Spaß zu machen. Voll der Kinderkram. So ganz ohne Angel. Wurstwort. Bratwurstchen. Oh. Ja. Klar. Hätte ich auch mal drauf gekommen. Vorher. Mann. Wurstwort. Aktiv. Wurst. Kann ich für Sie. Wurst. Was gibt's denn so? Nicht. Es ist alles, alles. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst, bitte. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, das hier ist ein Wurststand. Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine... Ich werde mich bei deinem Vorgesetzten beschweren. Bitte nicht. Der drückt mich durch den Fleischwunsch. Soll ich jetzt etwa Mitleid haben? Ich armes, armes Würstchen. Kannst du noch einmal nachgucken? Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Kannst du noch mal nachgucken? Ich zeige es. Wenn ich nochmal nach links rücke. Hm, hier läuft gar nichts. Man könnte ja mal was versuchen, ne? Ne, das ist jetzt anscheinend fest. Verdammt. So, wie oft geht das eigentlich jetzt nach rechts? Hm, hier läuft gar nichts. Ich erfülle mich gerade verarschte. Hallo? Pff, Saftladen. Wie oft geht das? Ja. Das ist schon mal. So kack Jopp, kannst du laut sagen Denk ich auch gerade, so kack Noch ne Niete, es hört auf, mir spart Voll deckt, ganz un Bei meinem Orientierungssim stellt das ja wohl Selbst wenn Man Hilfe Hilfe Ich glaube, dafür Und Immunkräfte Hilfe Romantisches mitbringen Wie so oft schwanke ich Hilfe Wer braucht schon Schlüssel, wenn er über solcher artigen Einfallsreichtum verfügt? Hilfe Einfallsreichtum ist auch nicht mehr, was wir müssen, das Rezept geändert haben So ein Mist, sie passt nicht durch das Gitter Nach Wenzel, Bose und Hilfe Hilfe Geh, hier braucht sie auch nicht weiter Hm, vielleicht bin ich mal das Die Unterseelen zu dem Typen Mit Puckys Stimme, zumindest meine ich, dass es Puckys Stimme ist Hey, wer sagt's denn, da schlummert ja doch ein kleiner Romantiker in dir Aber vielleicht zeigst du das lieber deiner Freundin statt uns Ja, die tickt da rum Nein, danke Wir haben Vor allem habt ihr alles Den Hut gibt's für drei Slotty in jedem Anscars Headquarter Ich meine das Boot Sicher meinst du das Ach ja Nein, danke Wir haben hier alles Ist es Rot, Kohl und Blaukrat sind dasselbe Und wie immer Nein, danke Nein, danke Mist Nein, danke Nein, das soll eine Überraschung werden Frauen lieben Überraschungen Das lässt sich da schade ein Es lohnt sich nicht meines Spätes Was hast du da? Eine romantische Geste Ein trockenes Leichtverschung Mach es nicht noch schlimm Das hat er auch schon Nein, das Frauen Nein, das soll eine Frauen Nein, das Frauen Oh Mann Ich grieße hier Dafür brauche ich nur meine Finger und das Dafür brauche ich und mein Ich weiß nicht, was ich machen muss Um das hier zu Mund und vielleicht Um das hier zu Mund und vielleicht Irgendwas scheint Machen wir auch da wieder dran Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken Dieser Krempe kommt mir in schlimm genug Warte mal, das muss ich sagen, geben, dass er das drängen kann Warte mal, das muss ich sagen, geben, dass er das drängen kann Das spielt man mit einem Dafür brauche ich nur meine Finger und das dazu Dafür brauche ich nur meine Romantisches mit wie so oft schwank ich Ich glaube und Und ich glaube und ich glaube Und ich glaube Die muss machen sein Ja Nein, im Orientieren. Selbst wenn ich denn... Nimm mal den Hammer. Hallo? Saftladen. Ja. Hier, guck mal. Hm. Es scheint ihm Wurst zu sein. Ah ja, okay. Verstehe. Okay, den Hammer kann ich vielleicht zusammennehmen. Ja. 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 Kann ich ja. 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 Sie sieht nicht gerade besonders verliebt aus. Natürlich täuscht das nur. Aber ob die Maschine einen so feinen Unterschied erkennen kann? Nö. Die Pony an Goal. Nö. Eigentlich möchte ich mit Ihnen einfach noch mal reden. Wie waren noch mal die drei Sachen, nach denen das Lavometer scannt? Ich hatte das vorhin nicht wörtlich gemeint, sondern mehr als Anregung. Klar. Aber angenommen, es wäre eine wörtlich zu nehmende Sammelliste gewesen. Romantisches Essen, Zeichen der Verbundenheit und ein Liebesbeweis. Ach ja, die Stern vom Himmel-Sache. Jetzt fällt es mir wieder ein. Irgendwie zweifle ich immer mehr daran, dass du eine Freundin hast. Äh. Romantisches Essen, Zeichen der Verbundenheit, Stern vom Himmel. Kein Grund grantig zu werden. Ein Automat, der Liebes kennt, nach meiner Erfahrung. Aber was soll denn die Liebe der La- Die Pony an Goal, ne? Ja. Die Pony an Goal, ne? Ach, herrje. Ich kann verzweifeln hier. Warte mal, was? Die Kamera liebt mich, sie kann es nur nicht immer... Okay, ich hab ein neues Item. Mach ich das irgendwie nutzen? Nein danke, wir haben hier alles, was wir brauchen. Nein danke, aber was sei denn das, Burschi, die Liebe der La... Keine Fotos bitte, außer ich habe gerade... Dann dürfte ich also. Ja klar, dann... Zur Hölle, wo bin ich denn hier gelandet? Mal sehen... Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, aber es hilft. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der Alte, was trotzdem... Ja, hab ich was Neues, aber ich komm trotzdem nicht weiter... Ist doch nicht wahr... Obwohl... Vielleicht kann ich da ja was anderes hinlegen... Dafür brauche ich nur... Und mein... Dafür brauche ich nur... Und mein... Dafür brauche ich nur... Und... Dafür brauche ich nur... Das ist bereits in gut... Hm... Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Hm... Lieblose Ob... Ich bin Port... Ach, was sag... Lieblose Objekte zu fotografieren unterfordert mich. Ich bin Portraitfotograf. Ach, was sag ich... Portraitfotobaron. Aha... Achja... Kraft... Genau... Mhm... Steh schon... Das könnt ihr diesem Ver... Wird wahrscheinlich wieder dasselbe Lave wie früher, oder? Bei meinem Orientierung? Ja... Selbst wenn ich denn... Das spielt man mit einer Angel. Hilfe! Ich glaube... Und ihn... Oh... Oh... Wer braucht schon Schlüssel? Oh... Jedenfalls reicht. Die müssen das... Romantisches Mitbringsel... Oder reif für den Bulli. Wie so oft schwanke ich noch. Hilfe! Hilfe! Mhm. Was funkelt denn da so mysteriös auf dem Boden des Gullis? Ach so, nur ein Schlüssel. Ich dachte, es sei mein Spiegelbild. Romantisches mit Wieser-Off. Romantisches Wieser-Off. Romantisches Wieser-Off. Romantisches Wieser-Off. Tja, ein Part lang und ich hab... ...Nicht's erreicht. Bitte recht, freund, meh. Ach herrje. Bitte recht, freund, meh. Ach herrje. Bitte recht, meh. Ach herrje. Toll, neues Item, aber nichts erreicht. Ach herrje. Das war's für heute. das könnte das könnte diese um das hier zu montieren Um das hier zu munten und vielleicht Wir fallen auf Anhieb, aber das Biss verdammter Ach, ist einmal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan... Super. Dann bin ich ja nach wie... Tja, ich bin etwas überfragt. Und, ja. Ich will wirklich, was ich machen kann. Irgendwie schalte ich das für mich gerade aktuell irgendwie nutzlos zu sein. Das da unten könnte ich gleich auswechseln. Ja. Das spielt man mit einer... Ja, schön. Das spielt man... Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin hier doch irgendwas, oder? Ich muss hier irgendwas übersehen, sonst würde ich weiterkommen. Ach ja. Gut. Das war's für diese Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss und haut rein.